Guck doch mal, wie sieht der Spaß die blamiert, seit dass sie mir ein bisschen Frühstück serviert. Guck doch mal, und der Dinger redet übers Essen, mein kein Wunder, ich werde dich hier in den Plänen zu fett. Yeah, yeah, oh, okay, yeah. Ich weiß an einer Minute über die Späne Bescheid, trotzdem bin ich der Typ, der diesen Steppen hier zerreißt. Ich mach ihn einfach platt, du bist fett und hässlich und hast einfach einen Spaß. Guck, das ist Kreaty und ich weiß, ich bin es, wir haben hier einen wunderschönen Fall von Inzest. Guck doch mal, deine Bogen beheben, wenn einfach deine Bogen fressen, weil ich nichts aus dem Spick trinke. Yeah, yeah, oh, okay. Der Typ hier, der redet von Inzest, doch jeder weiß, ob jemand regelt, du bist es. Yeah, du hast dich selbst gekippt, mein Freund, du bist ein Spaß und mehr nicht. Und ja, ich kläre, seine Freundin gar kein Problem, Einzlingerei, ja, es war von dem System. Und du weißt, du fliegst heute raus, denn dieser Tini-Munde bleibt von übertrieben der BAUS. Oh, yeah, yeah. Er nimmt dich zwischen Unik, ey, bist du fucking sad, warum ist es dann so, dass dich in Irrigen keiner kennt? Das ist nicht so unbekannt, mein Freund muss sich aus wie ein fetter Punk. Der ist ja voll cool, der macht Witze über Fette, aber wäre froh, wenn seine Freundin auch so tippen hätte. Wir haben so eine Lied-Munde kommt da raus, und die Leute gucken an, wie die Klaut auf den Arm. Yeah, yeah. Er redet über Kippen und Kippen, es ist geil. Ein BAUS gibt für dich nicht, der ist zu groß. Nein. Du bist einfach zu fett, mein Freund, ich hab dich längst schon gecheckt. Guck doch mal, es wäre besser, wenn du heute wärst es Team-MG-BH. Der nennt sich Doppel-D, der was sogar hier. Guck doch mal, und die Leute feiern mich, Mann. Irrigen, was los? Guck doch mal, ich weiß, dass ich heute mitmache, dankeschön. Jetzt kommt erstmal die offizielle Abstimmung. Wer war für Mive? Wer war für T-Unit? Champion-T-Unit! Aber macht mal mal einen Lärm für Mike, dass er eingesprungen ist. Ey, mach mal mehr Lärm, ey. Der kommt hierhin, denkt, schaut nur zu, und dann kommt er und ist gut da drin, Alter. Yeah, 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 yeah. Wunderbar. Komm her, mein Bruder. Ey, ich glaub, Seinos war noch nie so voll zu früh, kann das sein?